Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 3. Liga 2020, 2021, 29 Spieltag. Er selbst in Magdeburg gegen Kaiserslautern, Ergebnis 1 zu 0. Startelf, Er selbst in Magdeburg, Brahez, Topp, Müller, Brithof, Jakobsen, Malachios, Gewieh, Ernst, Opamär, Jakobik, Attik, Brün, und Kerch, Startelf von Kaiserslautern, Spahitsch, Jan Zimmer, Kevin Kraus, Ritterch, Zuck, Schäftri, Hecherch, Redondo, Ritterch, Poré, Hut. Das war's von Er selbst in Magdeburg gegen Kaiserslautern. 17.47 Uhr 18.47 Uhr 18.47 Uhr 18.47 Uhr 19.47 Uhr 19.47 Uhr